Heute sprechen wir über die wichtigste Übung, die du machen kannst, wenn du vermögend werden willst. Kennst du jemanden, der nicht viel Geld hat? Fällt dir bestimmt jemand ein? Dann frag ihn mal, was dieser Mensch über Geld denkt. Welche Gefühle hat er, wenn er an Geld denkt? Und wenn du ihn dann einfach mal so ein bisschen erzählen lässt, dann wirst du sofort verstehen, warum dieser Mensch kein Geld haben kann. Die meisten Menschen denken, dass ehrgeizige Persönlichkeiten irgendwie geizig sind und egozentrisch und keinen Spaß im Leben haben können. Und dieselben Menschen sehen oft Geld als ein notwendiges Übel, von dem man eben ein bisschen oder genug haben muss, auf das man sich aber um Himmels Willen niemals zu sehr konzentrieren sollte, weil sonst ein Charakter verdorben wird, weil Geld dich oberflächlich macht und so weiter. Das haben wir alles schon gehört. Für die meisten Menschen ist der Aufbau von Wohlstand irgendetwas Hohles, sowas oberflächlich Hohles oder gar etwas Schlechtes. Wir können Geld entweder optimistisch sehen oder pessimistisch. Geld an sich in Wahrheit ist neutral. Also wenn du jetzt Geld aus deiner Tasche nimmst, hab hier einen wunderschönen 200-Euro-Schein, ja, dann willst du mir doch nicht sagen, dass das Stück Papier schlecht ist. Was muss man denn sich in seinem Kopf zurechtspinnen, um zu sagen, dieses harmlose, schöne Stück Papier mit wunderbaren Symbolen drauf ist schlecht. Nicht, also nicht, dass ich mir jetzt hier irgendwie eine Krankheit hole. Guck mal, auf der einen Seite sind immer Brücken. Das verbindet Menschen. Das erlaubt uns, Handel zu betreiben, ein gutes Leben zu haben. Das ist die Symbolik auf allen Euro-Scheinen übrigens. Und vorne sehen wir immer ein Fenstermotiv. Das heißt, es ist das Fenster, die Öffnung zu unseren Träumen, zu unserer Freiheit, zu unserer Erfüllung. Jetzt, was muss man für ein Typ sein, um zu sagen, das ist schlecht. Also, Geld ist neutral, wenn wir uns darauf einigen können. Dieses Stück Papier hat nichts Positives, hat nichts Negatives. Wir entscheiden aber, welche Bedeutung wir ihm geben. William James hat gesagt, Pessimismus führt zu Schwäche. Pessimismus, Negatives sehen, führt zu Schwäche. Und Optimismus, schönes Sehen, führt zu Kraft. Und ich denke, genauso ist es beim Geld. Frage dich einmal, glaubst du, dass Reichsein dir mehr Möglichkeiten schafft oder mehr Probleme? Mehr Möglichkeiten oder mehr Probleme? Wenn du diese Frage 100 Menschen stellst, dann hast du 100 ganz verschiedene Antworten. Aber jetzt kommt was Entscheidendes. Wenn du sie reichen Menschen stellst, bekommst du von allen Reichen eine sehr, sehr ähnliche Antwort. Und wenn du sie armen Menschen stellst, bekommst du wieder eine andere und auch wieder eine sehr ähnliche Antwort. Und wenn du sie der Mittelschicht, den Menschen zwischen Arm und Reich, stellst, bekommst du wiederum ganz andere, aber innerhalb der Mittelschicht sehr ähnliche Antworten. Das zeigt uns, wer die Armen, die Mittelschicht und die Reichen wirklich sind. Das ist eine Gruppe von Menschen, die ähnlich denken, ähnlich fühlen und die ähnlich denken in Bezug auf Erfolg, ähnlich denken in Bezug auf Geld. Du musst dich entscheiden, wie du Geld siehst. Du kannst sagen, wie viele Menschen das tun, das ist das Werkzeug des Bösen. Oder wie die Mittelschicht das tut, das ist etwas, das man eben meistern muss. Oder wie die Reichen das tun, das ist etwas, das dir Freude schenkt, das dich frei sein lässt, das dich würdevoll leben lässt. Das ist kein Geheimnis. Die Reichen haben entschieden, dass sie Geld als Vehikel zur Freiheit und als Vehikel zu einem würdevollen Leben sehen wollen. Vielleicht schreibst du einmal auf, wie du Geld siehst. Schreib mal alles auf, was du so über Geld spontan in deinem Kopf siehst, spürst. Schreib es mal auf. Und dann, wenn du es aufgeschrieben hast, machst du ein Plus oder ein Minus dahinter. Plus für die positiven Eigenschaften und Gefühle, ein Minus für die eher negativen Eigenschaften und Gefühle. Und erinnere dich daran, du entscheidest, ob du Geld optimistisch siehst oder pessimistisch. Ich möchte dir heute raten, die wichtigste Liste für deine finanzielle Zukunft zu machen. Die wichtigste Liste, die du überhaupt nur machen kannst. Also schreibe auf, was du tun würdest, wenn du Millionär wärst. Was würdest du tun, wenn du genug Geld hättest? Und setze die Zahl jetzt nicht zu hoch an am Anfang. Wenn du jetzt noch so bei bei Null irgendwo bist, dann zwischen 1 und 5 Millionen. Aber nimm etwas, was du für machbar hältst, wenn du dich dafür entscheiden solltest. Und dann überleg dir, wenn ich diese Zahl habe, also 1, 2, maximal 5 Millionen, was, wenn ich das hätte? Hey, was würde ich dann tun? Eine Erkenntnis ist, viel von dem, was du aufschreibst, ist offensichtlich wichtig. Das wirst du sehen. Du schreibst da Dinge auf und dann merkst du, oh ja, das will ich haben in meinem Leben. Und dann hast du eine zweite Erkenntnis. Und die ist, ganz viel von dem, was dir offensichtlich wichtig ist, kannst du nur erreichen, wenn du eine bestimmte Menge Geld hast. Das wirst du sehen. Diese Verbindung wirst du ganz schnell herstellen. Nimm dir unbedingt Zeit, diese Liste zu machen. Und dann schau sie dir von Zeit zu Zeit an. Lass mich eine persönliche Anmerkung machen. Ich habe diese Liste gemacht, als ich meinen Coach kennengelernt habe. Und das, was ich damals aufgeschrieben habe, das habe ich nicht erreicht. Nicht erreicht. Nicht. Und das ist etwas, auf das ich dich vorbereiten möchte. Du kannst die Dinge in der Regel gar nicht erreichen, die du auf diese Liste schreibst. Aber in dem Sinne, dass du entweder viel weniger bekommst oder viel mehr. Und wenn du dich darauf konzentrierst, Geld als etwas Optimistisches zu sehen, als etwas Gutes, als etwas Wichtiges, etwas, das dir Freude bringt, dann wirst du deine Ziele übertreffen. In allermeisten Fällen weit übertreffen. So ist es dann bei mir gekommen. Alles, was ich damals auf meine Liste geschrieben habe, habe ich übertroffen. Weit übertroffen. Ich wollte einen Nummer-eins-Bestseller schreiben. Das ist ein Welt-Bestseller geworden. Es war alleine in Deutschland dieses Buch 110 Wochen auf Platz 1 der Bestsellerliste. Dann wollte ich irgendwann mal vor tausend Menschen sprechen. Ich hatte keine Ahnung, wie mir das gelingen sollte. Ich habe vor 35.000 Menschen gesprochen. Vor tausend spreche ich heute regelmäßig. Ich wollte eine Immobilie am Wasser. Ich besitze mehrere. Ich wollte ein Firmengebäude, und ich habe mir das aufgeschrieben, 400 Quadratmeter müsste es haben, damit ich in Ruhe die Dinge in einer großzügigen Firma machen kann. Und ich wollte keinen Vermieter fragen, ob ich da was umbauen darf. Und das Gebäude, das wir heute haben, ist ein Vielfaches größer. Ich wollte bestimmen, was ich mit meinem Leben tue. Ich habe aber damals mir nicht gewagt, vorzustellen, dass ich jetzt seit 20 Jahren nur vier Stunden am Tag arbeite. Und die andere Zeit tue ich Dinge, die ich ebenso liebe, die ich aber nicht als Arbeit ansehe. Also ich lese, ich studiere, ich bin Schüler. Ich unterhalte mich mit Menschen, die mich inspirieren. Ich könnte so endlos weitermachen. Ich kann nur sagen, diese Liste ist unglaublich wichtig. Mach deine Geldliste. Was würdest du tun, wenn du ein, zwei, maximal fünf Millionen hättest? Warum begrenze ich das jetzt hier auf fünf Millionen? Natürlich kannst du irgendwann mal mehr haben. Ich habe zum Beispiel diese Zahl von fünf Millionen vor langer Zeit um ein Vielfaches überschritten. Aber es ist wichtig, dass du am Anfang auch daran glauben kannst. Sonst wird die Übung sehr arg theoretisch. Zumindest dir es ein bisschen vorstellen kannst, ein bisschen glauben kannst. Also mach bitte diese Übung, schau es dir von Zeit zu Zeit an und lass es etwas sein, diese Liste, was dich führt, damit du Geld als etwas Positives siehst. Geld an sich, noch einmal, wenn wir auf diesen Schein schauen, ist ein Stück Papier, mein lieber Freund. Aber was dieses Stück Papier dir ermöglicht, dieses neutrale Stück Papier, ist ein freies Leben. Ein Leben, das dir entspricht. Ein Leben, das dir Würde gibt, das dir Möglichkeiten gibt, deinen Eltern zu helfen, deinen Kindern zu helfen, deinen Freunden zu helfen, armen Menschen zu helfen. Dir selber ein Leben zu geben, das du in den Spiegel schauen kannst und kannst sagen, ich habe viel Mist gebaut, aber unterm Strich klasse gemacht. Das ist ein Leben, das du in den Spiegel schauen kannst.